Ein herzliches Willkommen zurück in Radiant Oceana. Wir wollten das Level 30 voll machen. Gucken wir mal, ob wir da hinten irgendwas finden an Monstern. Ja, sind einige da. Das sollte dann bis Level 30 reichen. Das wird dann diese Hacke verzaubern können. Ich hoffe, dass die Verzauberung noch die gleiche ist wie beim letzten Mal. Denn ich habe in der Zwischenzeit das Spiel neu gestartet. Und ich hoffe, dass sich das nicht ändert. Aber das weiß ich noch gar nicht. Ich habe es nicht daher mit Verzauberung so intensiv noch nicht auseinandergesetzt, wie jetzt hier. Dass man irgendwie auf was Bestimmtes aus war. Da hängt gerade schon wieder eine Karotte. Die brauche ich bald nicht anpflanzen. Und ich kriege nicht irgendwie immer von den Zombies. Klingel, klingel. Das war Level 30. Wir machen trotzdem hier schon mal leer. Die Dinger hier. Ach, ein neues Schwert. Was haben wir hier drauf? Haltbarkeit. Wir haben ja noch eine Schärfe... War das eine Schärfe oder Stärke? Das war Stärke, ne? Keine Schärfe. Ich werde mal gucken, aber ich glaube, das war Stärke. Und Stärke geht ja nur auf die Rüstung und nicht auf das Schwert. Dass wir uns das eventuell auch noch mal demnächst ein bisschen besser verzaubern. Dass das ein bisschen schneller geht mit den Monstern umhauen. Kühe füttern. Wenn wir schon mal hier sind. Liebet und mehret euch. So. Und dann... Hacke. Und Lapis. Effizienz 4. Ja, das lohnt sich. Und Glück. Glück 3. Gut, das brauchen wir nun eigentlich nicht. Glück 3. Die andere Hacke hat auch Glück 3, ne? Ja. Okay, dann ist das egal. Ich würde jetzt mal eben hier die... Kiste aus dem Weg nehmen. Gott, hier ist alles voll. Na, dann schmeiß ich es da rein. Die ist leer. Erstmal ein bisschen was loswerden hier. Was haben wir da? Denn da können wir auch erstmal ein bisschen was zwischenlagern. Wir sollten wirklich gucken, dass dieses Lager fertig wird. Gut. Das ist alles leer. Dann würde ich jetzt mit dem Powerfarming anfangen. Unsere Hacke ist bereit. Und wir sind es auch. Und dann würde ich sagen, hören wir uns danach wieder. Und dann wieder. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Idee, ich muss eben nach oben Cleanstone holen, habe ich gar nicht dabei. Vielleicht kennen das welche von euch Resident Evil, kennen mit Sicherheit einige von euch. Da geht es ja im Großen und Ganzen um die um diese Firma Umbrella und die haben ja auch überwiegend die haben ja ihr riesen Gebäude irgendwie, also wirklich ihr riesen Komplex, wo sie eben nach außen hin ein normales Pharmaunternehmen sind und unterirdisch haben die ja recht viel ich habe gar keinen Cleanstone hier, verdammt recht viel Labors eben für so Zeugs wie die Experimente mit dem T-Virus und so weiter und so fort. Die genaue Geschichte kann ich jetzt gerade so gar nicht wiedergeben. Es gibt so viele Resident Evil Auslegungen irgendwie. Es gibt so viele Filme, die ich da gesehen habe und spiele und so. Ja, auf jeden Fall könnte man das in diese Richtung eventuell machen, dass man nach außen hin eben eine ja eine vermeintlich normale Stadt baut, ja, dass man hier kam eben von Hanna Spielewelt der Vorschlag, eine große Mall zu machen, also ein Einkaufscenter und sowas. Finde ich ganz cool, das hier draus zu machen und eventuell, also man hat ja viel Platz bis ganz da unten jetzt verlieren und das Wasser. Könnte man hier oben eventuell eben die Mall machen und dann nach unten hin Labore, die erstmal normal sind, ja, und dann ganz unten im Untergrund könnte man ja, ja, ich habe echt kein Drogenküche oder sowas draus machen, dann, dass man da eben Tränke hat, die eben besonders irgendwas Besonderes machen. So Dinge eben, also ist bis jetzt nur eine Idee und auch noch nicht ausgereift, wie man merkt. Das kam mir jetzt gerade so vor der Aufnahme. Kurz vorher habe ich noch nach Kommentaren geguckt und die weitestgehend beantwortet und ja, da kam mir so spontan diese Idee irgendwie das so zu machen. Ich würde jetzt hier noch machen, nee, ich würde erst mal zu den Monstern gehen und da auf die Steine warten. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, kam mir dann eben so diese Idee, dass man das eventuell so ein bisschen Resident Evil mäßig machen könnte. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet und vielleicht habt ihr ja noch mehr Ideen, also ich nehme wirklich jede Idee gerne gerne und ja ganz gerne sogar, weil ich für hier fällt mir nicht so wirklich viel ein. Für Radiant City habe ich schon wieder eine Idee. Da wird dann demnächst, wenn wir wieder drüben sind, auf jeden Fall fleißig umgebaut, soweit verrate ich euch das schon, aber mehr gibt es noch. Nicht mehr verrate ich noch nicht. Habe ich auch ganz spontan heute Morgen beim Badezimmerputzen habe ich die Idee gehabt irgendwie. Und ja, da werden wir umbauen. Ich, ähm, da ist also nichts, was wir schon besprochen haben, kein Gebäude, was ihr irgendwie auf dem Zettel habt, was wir umbauen wollen, sondern ja, ein anderes Gebäude. Und ja, wie gesagt, war recht spontan und deswegen freue ich mich da schon so ein bisschen drauf, das zu machen. Ähm, jetzt kann ich das Zeug nicht mitnehmen. Oh, egal, bleibt's halt liegen. Haben wir eh genug von. Wir haben so viel Zeug, wir müssen jetzt, ähm, Cleanstone noch mitnehmen. Ich habe irgendwie einen ganzen Koppel jetzt in der Tasche. Ich muss was auspacken. Ich muss dringend was auspacken. Ich kriege noch nichts mehr ausgepackt. Doch, da, eine Sache, da ein bisschen mehr. Okay, alles klar. Wir könnten eigentlich nochmal die, äh, Kühe füttern, dass wir Rahmen bekommen. Das habe ich sogar noch in der Tasche. Denn die brauchen wir jetzt ja auch unbedingt, dass wir das Lager mal einräumen können. Geh weg. Geh weg. Ja, also, ähm, jetzt gerade wieder so spontane Eingebung. Man könnte ja, wir haben da ja, ähm, Eisen und die Monster. Das ist ganz okay. Und hier könnte man dann so einen Versorgungsturm hinmachen, ja, wo also ausschließlich Lebensmittel produziert werden. Aber, was heißt ausschließlich? Also, Zuckerrohr ist jetzt doch nicht ausschließlich ein Lebensmittel. Aber, ihr wisst, was ich meine. Viecher rein, ganze Grünzeugs rein und, ähm, Versorgungsturm, ja. Dann zwei Wohntürme, fände ich ganz cool, wo eben die Professoren mit ihren Familien und so leben, ja. Hier, ähm, halt, Einkaufscenter, ein Restaurant und so weiter und so fort, was man halt braucht, um eben normal leben zu können auf so einer Insel, ja. Und dann im Untergrund die, ähm, die Labore. Also, halt, viel Untergrund haben wir hier nicht. Wir können hier nicht tief buddeln, also, wir können das jetzt nicht irgendwie unter, unter der Erde machen oder so. Es wird schon wieder dunkel. Aber halt, ähm, tief unten können wir ja die Labore ansiedeln. Und da muss man halt irgendwie gucken, dass man irgendwie Geheimlabore oder sowas macht, die man halt nicht offensichtlich erreichen kann. Also, das wäre, wäre jetzt so die, ja, die spontane Idee, die ich jetzt gerade habe. Also, auf jeden Fall, ähm, ja, wäre das ganz cool. Jetzt ist es so die, ach Gott, mein Kopf raucht gerade, wie er merkt. So ist das, wenn ich Ideen habe, wenn sich was bei mir formt. Das geht manchmal tagelang, dass ich denke, hm, und dann schreibe ich immer alles auf. Hier könnte man ja eine Art Park drauf machen, gar nicht den Hubschrauber-Landeplatz, ja. Ich meine, ähm, das kommt hier ja noch alles weg, aber man könnte ja auch eine Extra-Plattform für den Hubschrauber machen, der muss ja nicht hier drauf sein. Ich muss jetzt mal schlafen. Und könnte man da eventuell noch eine Art Park machen, den man eventuell unterirdisch auch nochmal wiederholen könnte. Man könnte ja auch, ich springe jetzt da einfach mal rein, hier, so, oben, oben drauf, könnte man doch den Hubschrauber-Landeplatz und sowas machen, so ein bisschen Grünflächen, ja. Dann hier unten eben, man kommt hier runter irgendwie die Mall, die Einkaufshalle und sowas, ja, also Einkaufscenter und Restaurant und so, das erste Ding und die zweite Etage vielleicht so eine Art Park mit Wasserfall und allem Pipapo und darunter dann eventuell die Labore. Das wäre doch ausgefallen und gut, schön wahrscheinlich. Ach Gott. Ja, jetzt habe ich, ähm, habe ich viele, viele Ideen gerade. Jetzt muss ich das gleich mal alles aufschreiben. Deswegen beende ich jetzt einfach mal den Part und wir sehen uns dann im nächsten. Bis denn, ciao, ciao.